Meine Brille, meine Brille. Ich hab sie. Ja, genau. Was ist mit der Hasigawa aus der Elf? Ich weiß es nicht. Sie haben schon seit drei Tagen nichts mehr vergeben. Leben ist zu kurz. Du musst immer klar sagen, was du willst, sonst ist es zu spät. Sie töten. Jetzt geht es los. Dann lass uns ein bisschen Geld machen. Ich wollte mir das Leckerste bis zum Schluss aufheben, aber vielleicht fange ich doch besser mit ihr an. Nein! Dein Blut riecht so lecker! Und jetzt gib mir dein Fleisch! Duh! 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 Alrighty! Untertitelung des ZDF, 2020